Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei Coop gibt es jetzt ein grosses Angebot von verschiedenen Pfannen zu Preisen, die für diese Qualitätsleistungen einmalig sind. Die hochwertige Aluminiumbratpfanne hat Antihaftbeschichtung Silverstone aus Kristall von harten Glimmerschiffer. Darum ist die Silverstone Bratpfanne 50% widerstandsfähiger als andere gegen das Verkratzen. Und bei Coop gibt es erst noch 1 Jahr Garantie für die Silverstone Bratpfanne. Ganz etwas Problemloses ist die Pfanne für Gas und Elektrisch mit dem schönen Dekor, welches es nur bei Coop gibt. Eine Spitzenqualität aus hochwertigem Chrom-Nickelstall von ConRicon, ebenfalls mit einem Jahr Garantie. Besonders praktisch sind die stossfesten und hitzebeständigen Bräter aus Glas. Alle Pfannen, die wir Ihnen präsentiert haben, finden Sie in allen Coop-Läden und Coop-Warenhäusern, überall dort, wo diese Plakate zu einem einmaligen Preis hängen. Auch an euch haben wir gedacht, liebe Kinder, wenn ihr wieder rein spielt in der warmen Stube. Und dafür hat Coop für euch ein kleines Spielzeugparadies parat. Der Franz hier zum Beispiel macht gerade ein Auto. Ja, bei Coop gibt es jetzt verschiedene einfache Modellbausätze, um selbst zu basteln. Neben diesen schnellen Autos gibt es auch Segelschiffe, um selbst zu machen. Und Jenny ist gerade an einer Mosaik, ich glaube das gibt einen Schlumpf. Die Klebmosaik von Coop, die sind besonders glatt fürs Kinderzimmer, es gibt es auch noch mit anderen Motiven, nämlich mit dem Heidi und mit dem Geissenpeter. Und Tina ist eine kleine Kunstmalerin. Die verschiedenen Holzgegenstände zum Bemalen, geben den Kindern die Freude an etwas Selbgemachtem. Sie sehen, Coop hat viele glatte Spielzeuge paratet. Und das erst noch zu günstigen Preisen. So, das wäre es gewesen für heute. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop 2 Liter Orangensaft Happy Day statt 2.40. nur 1.80. 500 Gramm Bohnenkaffee Exelento statt 6.70. nur 5.80. Und 250 Gramm statt 3.60. nur 3.10. Und 250 Gramm Bonsoir Koffeinfrei statt 3.70. nur 3.20. 400 Gramm Rahmglasse Vanille Goldstar statt 2.30. nur 1.90. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag. 400 Gramm Frischbackbutterzopf kostet statt 2.10. nur 1.80. 1 Kilogramm Vorzugstrauben Uva Italia nur 1.90. Als aktueller Preisschlager gibt es Kinderstrumpfhosen Orlans Weiss, Marine oder Rot zwischen 3.90 und 4.90 je nach Grösse. Auf Wiedersehen. Hallo nochmal. Ich hab wieder. Wir bekommen wieder das Kiele. Tschüss. Ich hab wieder. Außerirdische Pflicht. Wir werden es auch immer wieder. Und es wir werden es jetzt wieder. Ich hab wieder. Wir werden es auch einfach mal wieder. Und wir werden es einfach wieder. Die bist du und immer wieder. Untertitelung des ZDF, 2020